In letzten Folgen Sohn des Sparda Was für ein Sohn? Mal langsam, wer bist du eigentlich? Ich heiße Virgil Sparda? Das Mutter? Ich hatte auch einen Bruder Wir waren eine Familie Sah ich ihn Das ist das Höllentor Die Verbindung aus der Mundus eine Macht schöpft Hier das Raptor News Network und Virility aus dem Weg räumen Ich habe mich widersetzt Zurückgeschlagen Getötet Egal was es gekostet hat Limbos, wolltest du deinen Albträumen entkommen? Ja Ich springe, du drehst Vielen Dank Gut gemacht Der Succubus ist tot Das hat Mundus Aufmerksamkeit geweckt Jetzt kommt der zweite Schlag Wir zerstören sein Überwachungsnetzwerk Der Raptor News Tower Von dort hat Mundus das Monopos Ist das keine Spiegelung? Es ist der echte Turm Es ist ein Gefängnis In dem Barbus grausam regiert Dort gibt's keine Gnade Und keinen... Gefangene werden für langwierige Qualen eingesperrt Selbstmord ist nicht möglich Selbstmordversuche verlängern bloß die Qualen Ja Noch weiter Lecker Du hast Verbrechen gegen den Heiligen Augen Der Dämonen begangen Mundus hat dir gewehrt zu leben Damit du ihn dienen kannst Erfreue dich dieser Gabe des Lebens Okay Geh nicht Nein, danke Geht's ab da? Geht's runter Nein, fuck Die Strafkoluss ist unterlandet Klasse Wird mit 100 Jahren später Qualen bestraft Habe ich hier? Ah ja Ah ja Ich leckere Arsch Wie viel in der Weinen Fleck Ich leckere Arsch Ich leckere Arsch Ja klar. Ja klar. Ja. Scheiße, das war ein Scheißkampf von mir So was haben wir da? Hab ich keine, Scheiße! Kann ich auch haben Die nächste So jetzt Nur eine Waffe Geilo Mehr Schaden, maximal Schaden Fangen wir dich Hm, da haben wir nichts mehr Fürchte Änderung Achso, ja, achso Änderung ist gefährlich Gleich hab ich dich, Bob Boah! Boah! Ah, wundervoll! Verdammt, was ist denn da los? Ja, das ist ein Dramatische 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 Ich weiß, ich habe keinen Spaß Ich weiß, aber Das ist ein Wunsch! Ich weiß, dass du da bist! Ich kann nicht spielen! Wieso? Ich will dich auch schützen! Leg den Stock hin! Ich werde dir nichts tun! Außer du gibst mir einen Grund! Bist du auch ein Gefangener von Mundus? Nein, ich komme von oben. Kannst du mir sagen, wie ich zu dem Turm gelange? Zum Turm? Warum? Ich will den Dämon töten, der hier das Sagen hat. Wirst du mir helfen? Ihn töten? Ja... Ich werde dir helfen, wenn du mir zuerst hilfst! Na, erzähl schon! Mission fertig! Mal sehen, ergeben! S! Gut! Na ja... Schlüssel... Ah ok, fass alle! Ist nicht schlecht! SS! Ja... Nächste Mission! So Leute, das war's für diese Mission! Und bis nächstes Mal! Ciao!